Ich hatte Angst und ich wusste nicht, was mit mir geschehen würde. Aber wenigstens waren meine Mutter und die Herde in Sicherheit. Wieder mal am Abgrund stehen, wieder mal das Ende sehen. Will hier raus, muss hier weg. Mich hält hier nichts, muss nach vorne gehen. Wenn ihr glaubt, ihr seid am Ziel, dann verspricht euch nicht zu viel. Ohne mich, nicht mit mir. Ihr kriegt mich nicht, ich bleib nicht hier. Hier ist es so, wie wir es doch gern hätten. Wer wagt, kann sich retten. Ich geb niemals auf, niemals gebe ich mich auf, nie. Die Gefahren lauern da, wo du sie nie erwartest. Komm los, auch wenn es hart ist. Ich geb niemals auf, niemals gebe ich mich auf, nie. Denn ich gehöre nur mir. Was ist hier nur geschehen? Wie kann ich das denn überstehen? Wer mich fesseln will, ist am Start und nicht am Ziel. Ja, dieser Kampf ist nicht vorbei. Nur wer sich wehrt, ist wirklich frei. Ich muss hier weg, ich will nach Haus. Ich steh im Weg, doch ich weiß, ich komm raus. Oh, 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 oh. Hier ist es so, wie wir es doch gern hätten. Wer wagt, kann sich retten. Ich geb niemals auf, niemals gebe ich mich auf, nie. Die Gefahren lauern da, wo du sie nie erwartest. Komm los, auch wenn es hart ist. Ich geb niemals auf, niemals gebe ich mich auf, nie. Denn ich gehöre nur mir. Was gibt es für ein Problem, meine Herren? Das hier ist wohl ein verrückter, Sir. Ein echter Mustang-Cornel. Wirklich? Die Armee hatte schon oft mit wilden Pferden zu tun. Mit diesem hier wird es nicht anders sein. Ich weiß noch, wie ich das erste Mal eine Klapperschlange eingerollt auf meinem Weg liegen sah. Machen Sie das Tier gefügig, Sergeant. Der hier sah zwar nicht so aus. Und doch dachte ich, Schlange.